Heute sind wir bei Professor Arne Sperrfock. Arne Sperrfock leitet das Institut für Technische Thermodynamik. Schön, dass du ja sehen, Arne. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Gerne. Technische Thermodynamik klingt ein bisschen nerdy. Was macht ihr? Also Thermodynamik kennen viele aus dem Studium, aus dem Grundlagenbereich des Studiums und es ist dort auch oft nicht das Lieblingsfach, ist aber für die Energiewende und die Energietechnik eigentlich ein grundlegendes und sehr wichtiges Fach. Der Begriff, man kann es eigentlich aus dem Griechischen zusammensetzen, kommt von Wärme und Kraft und ist heute eigentlich die allgemeine Energielehre, beschreibt die Energiewandlungen, Energiewandlungsformen, auch die Grenzen der Energiewandlungen ineinander und die damit verbundenen Stoffeigenschaften. Das macht die Thermodynamik. Also wie ich das noch so wahrgenommen habe, früher kam das so stark aus den Verbrennungskraftwerken und so. Und jetzt gehen wir ja eigentlich in so eine andere Richtung. Das heißt, jetzt denken wir ja bei der Energiewende ja über Kraft-Wärme-Kopplung nach und so. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich hatte letztlich mit Christian Becker gesprochen, er machte die Energienetze und er hat gesagt, eigentlich ist der Schlüssel, weil du hast ja das Problem, du hast volatile Zulieferung, also Windkraft und Sonne und kommt nicht immer und so weiter und dann hast du Abnehmer, weißt ja auch nicht genau, was die brauchen. Das heißt, du musst irgendwie zwischenspeichern, weil du anders als früher eben nicht genau weißt, welche Energie du zur Verfügung stellen kannst. Und da meinte die Lösung ist Sektorenkopplung. Kannst du mal erklären, was das bedeutet? Sektorenkopplung meint, dass man das Strom, das Gas und das Wärmenetz als Beispiel nicht mehr losgelöst, voneinander betrachtet, sondern miteinander koppelt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel zu Zeiten, in denen man Überschussstrom hat, zum Beispiel aus Wind und Sonne, diese Energie wandelt, zum Beispiel in Wärme oder aber auch in Wasserstoff, den man dann ins Erdgasnetz einspeisen könnte, die Wärme letztlich im Wärmenetz speichern könnte, um damit dann integriert Energie zu speichern. Und dann auch wieder zurück? Und gegebenenfalls diese dann auch wieder zurück in Strom zu wandeln. Jetzt so mit meinem Schulphysikwissen würde ich sagen, Probleme hast du ja immer mit diesen Übergängen eigentlich mit Wirkungsgraden. Das ist eigentlich ja immer, sonst wäre es ja ganz einfach. Dann schiebst du es einfach irgendwo hin, machst Wasserstoff raus, machst wieder. Aber du verlierst ja immer korrektige Energie, mal die Hälfte und so. Ist das ein Thema für euch? Also wie kriegst du diese Wirkungsgrade besser in den Griff? Genau das ist das, wo oder was wir mit der Thermodynamik beschreiben. Wir müssen die Energie letztlich wandeln. Man kann elektrische Energie per se nicht speichern. Wir müssen die Energie dafür wandeln, zum Beispiel in innere Energie. Und bei diesen Wandlungsprozessen treten immer Verluste, wenn man so möchte, auf. Es gibt Grenzen dieser Energiewandlung. Und genau diese Grenzen beschreiben wir eben in der technischen Thermodynamik. Ja, genau. Hat was mit Entropie zu tun, glaube ich. Sprechen wir jetzt drüber. Aber man braucht leider die Wärmeverluste, um die Entropie wieder Lust zu werden. So war das. Genau. Bei einem Kraftwerk als Beispiel, vielleicht ist das am intuitivsten, muss man ja einen Wärmesturm abführen aus dem System. Das heißt, ein Kohlekraftwerk, das jetzt hier in Hamburg steht, kühlt dann oder gibt Energie an die Elbe ab. Und als Laie oder ich als Kind habe ich mich immer gefragt, warum macht man das eigentlich nicht? Man verbrennt erstmal Kohle, um dann die Elbe aufzuheizen. Und da ist genau die Entropie eben der Grund, warum man einen Wärmesturm abführen muss aus einem solchen Prozess und nicht die volle Energie in Strom wandeln kann. Genau. Gehen wir dich weiter darauf ein, weil, glaube ich, Entropie ist das Lieblingsthema wahrscheinlich auch in deiner Vorlesung für deine Studierenden. Entropie ist ein sehr wichtiges Thema in der Thermodynamik. Ist ja fundamental im zweiten Hauptsatz dann wichtig für diese Grenzen der Energiewandlung eben. Und ja, demnach ist das auch ein großes Thema, natürlich bei uns in der Vorlesung. Ja, genau. Müssen wir auch nicht weiter verstehen, aber man muss natürlich verstehen, immer wenn du in solchen Umwandlungsprozessen bist, hast du Verluste, die kriegst du auch nie auf Null runter. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Nehmen wir uns mal, also über Sektorenkopplung können wir gleich noch mal sprechen. Sprechen wir erst über Wasserstoff, weil das irgendwie so ein interessantes Thema. Das hatte ich mit Martin Kalschmidt auch schon drüber gesprochen, mit Christian Becker. Die Frage ist ja immer so, was man so liest, Grundhausmittel oder Champagner der Energiewende. Und eigentlich sagen ja inzwischen alle, ohne Wasserstoff kriegst du eigentlich diese ganzen Kopplungsprozesse nicht richtig hin. Siehst du das auch so? Ich denke, dass Wasserstoff am Ende nicht der Champagner sein kann. Es ist sicherlich heute noch der Champagner. Das ist schon meine Sicht. Aber am Ende, um in die Breite zu kommen, wird Wasserstoff, denke ich, eine breitere Rolle spielen müssen, als nur der Champagner zu sein. Also wenn wir jetzt, vielleicht musst du doch mal erklären, wie es überhaupt funktioniert. Also du hast Strom, dann hast du Elektrolyse, dann hast du Wasserstoff, Sauerstoff, Sauerstoff gibst du in die Atmosphäre, Wasserstoff behältst du, um damit dann wieder irgendwas zu machen. Zum Beispiel zu Gas oder zu Flüssigkraftstoffen zu verbinden. Oder wozu noch? Was kann man mit Wasserstoff anfangen? Es ist aus meiner Sicht zunächst mal am Aussichtsreich und das wird aus meiner Sicht auch der Bereich sein, wo Wasserstoff zunächst eingesetzt wird. In der Industrie wird es den heute schon vorhandenen Wasserstoffbedarf zunächst mal substituieren, um damit letztlich schon sehr schnell CO2 einzusparen. Dann ist ein Anwendungsfeld sicherlich der Verkehr. Also alles, was man nicht mit Strom machen kann, wird, denke ich, mit Wasserstoff oder zumindest dort Wasserstoff eine gute Lösung gemacht werden. Und am Ende kann man es sicherlich auch im Bereich der Wärmewende einsetzen zur Gebäudebeheizung, wobei ich das eher als letzten Anwendungsfall dann sehen würde. Weil es zu teuer ist? Weil man einfach über den Daumen gerechnet im Vergleich zu Wärmepumpen doch dann vom Wirkungsgrad her deutlich unterlegen ist. Natürlich hat man dann die Speicherbarkeit, deswegen würde man es tun wollen. Aber wenn man eine Wärmepumpe hat, dann kriegt man aus einer Kilowattstunde Strom ungefähr über das Jahr gesehen sicherlich dreieinhalb Kilowattstunden Wärme. Wenn man nun Wasserstoff erzeugt aus einer Kilowattstunde Strom und wir gehen mal von einem Wirkungsgrad auf dem Weg dorthin von ungefähr 70 Prozent aus und verbrennt es dann in einem Boiler, dann bekommt man aus einer Kilowattstunde Strom eben 0,7 Kilowattstunden Wärme und ist natürlich dann deutlich unterlegen im Verhältnis zur Wärmepumpe. Das ist ein guter Übergang zur Wärmepumpe. Sprechen wir mal über die Wärmepumpe. Also das ist ja ein Thema, was vor ein paar Jahren so ein bisschen exotisch war. Aber wenn man jetzt durch Neubaugebiete fährt, sieht man die ja eigentlich überall. Sie sehen sich manchmal so aus wie so große Waschmaschinen, die vorm Haus stehen und so. Da fragt man sich, was ist das? Wärmepumpe in der Regel. Könntest du kurz erklären, was machen Wärmepumpe und wie funktioniert das Prinzip? Wärmepumpen nehmen zunächst mal auf einem niedrigen Temperaturniveau, das ist im Winter meinetwegen bei uns minus 10 Grad, draußen Energie auf. Bei einem niedrigen Druck verdampft dann dort ein Kältemittel. Dann verdichtet man dieses Kältemittel auf einen höheren Druck und damit kann man dann auf einem höheren Temperaturniveau diese Energie als Wärme wieder abgeben und zum Heizen des Hauses benutzen. Man braucht allerdings für diese Verdichtung elektrischen Strom. Das bedeutet, ich kann eben, indem ich Strom einsetze, Außenenergie nutzen, um dann zu gemeinsam praktisch mit dem, was ich an Strom hineingebe und an Energie außen aufnehmen, das Gebäude zu beheizen. Okay, also im Prinzip das umgekehrte Prinzip vom Kühlschrank? Genau. Aber wieso wird es mehr Energie? Weil man zusätzlich zu dem Strom, den man hineingibt, noch Energie nutzt, die man der Außenluft entzieht. Das heißt, man nimmt einen Teil Energie von der Außenluft, fügt Strom hinzu und hat dann insgesamt mehr Energie zur Gebäudebeheizung, als man als Strom investiert. Ist ein bisschen überraschend, weil man ja erst mal denkt, ja Energie, mehr Energie müsste ja draußen wärmer sein als drinnen. Also eigentlich leuchtet es einem immer ein, wenn man sagt, wir machen jetzt Geothermie, bohren ein tiefes Loch in die Erde, unten ist das Wasser wärmer als oben, die Energie nutzt man, verdichtet man und so weiter. Das leuchtet einem sofort ein. Jetzt ist es draußen aber kälter als drinnen. Wieso ist das Energie, die man nutzen kann zur Wärmegewinnung? Das ist eben zunächst mal nach dem zweiten Hauptsatz ja unmöglich, dass wir Energie als Wärme von einem niedrigeren, zu einem höheren Temperaturniveau oder irgendetwas sonst zu unternehmen, transportieren können. Das heißt, deswegen setzen wir diesen Prozess ein und können eben über diesen Phasenwechsel von dem Kältemittel, also ein Kältemittel bei einem niedrigen Druck hat also eine niedrigere Siedetemperatur, es verdampft dann praktisch draußen bei minus 10 Grad und dann verdichten wir es, so dass wir es bei, sagen wir, 50 Grad kondensieren können. Und dann können wir eben diese Energie praktisch transportieren von dem Untere aufs höhere Temperaturniveau und an das Gebäude abgeben. Ja, genau. Also das Prinzip kennt man auch ein bisschen von der Luftpumpe. Also wenn man oben zuhält und drückt, dann merkt man, dass es warm wird. Das ist ja genau dieser Kompressionsprozess. Das heißt, man erzeugt erst mal Wärme über Druck, kühlt die ab, expansiert wieder und hat dann den Wärmegewinn. Ist das so? Bei einer Luftpumpe hat man diese Erwärmung, weil man ein Gas verdichtet. Bei der Wärmepumpe ist es so, dass man die Energie, die man in dem Kompressor aufwendet, in erster Linie aufwendet, um das Kältemittel auf ein höheres Druckniveau zu bringen, um dann wieder die in dem Phasenwechsel gespeicherte Energie abzugeben. Das hat man bei einer Luftpumpe so in der Form nicht. Der Phasenwechsel ist das, was wir im Grunde haben, wenn wir Eier zum Frühstück kochen. Dann können wir zu gucken, wie wir Wasser zunächst erwärmen und dann irgendwann beginnt es zu kochen. Dann haben wir einen Phasenwechsel von flüssig zu gasförmigem Wasser. Wasser bei Umgebungsbedingungen kocht dann bei 100 Grad und ein Kältemittel kann eben bei einem bestimmten Druck bei einer anderen, niedrigeren Temperatur sieden. Okay. Und dann sehr viel Energie in diesem Phasenwechsel praktisch aufnehmen und dann auf dem höheren Temperaturniveau bei der Kondensation abgeben. Das ist ein Effekt, den wir auch beim Schwitzen im Sommer nutzen, indem wir unsere Haut mit Wasser benetzen. Dieses Wasser, das verdampft, verdunstet dann und kühlt unsere Haut. Und da sehen wir auch, dass in diesem Phasenwechsel eben sehr viel Energie dann oder mit dem Phasenwechsel sehr viel Energie transportiert werden kann. Ja, super. Okay. So, und das hat es schon erzählt, der Wirkungsgrad, also reingesteckte Elektroenergie für den Kompressor zu der gewonnen Energie ist wie hoch? Das hängt letztlich sehr stark von den Temperaturniveaus ab. Als Faustwert für die Jahresarbeitszahl würde ich einen Wert zwischen 3,5 und 4,5 ansetzen. Das bedeutet, für eine Kilowattstunde investierten Strom bekomme ich 3,5 bis 4,5 Kilowattstunden an Wärme, die ich für mein Haus nutzen kann. Das klingt ja erstmal so, dass man sich fragt, warum das nicht jeder macht, oder? Genau. Und was man denn überliest ist, naja, die Temperatur ist nicht hoch genug für alte Häuser. Also es ist immer, da ist auch durch thermodynamisch, also durch Sadi-Kanot, der den Kanotprozess beschrieben hat, der ist auch hier gültig. Das heißt, wir haben eine schlechtere Effizienz, wenn die Temperaturniveaus der Wärmeaufnahme und der Wärmeabgabe weiter auseinander liegen. Das bedeutet praktisch, eine Wärmepumpe arbeitet bei minus 10 Grad Außentemperatur schlechter als bei 0 Grad oder 5 Grad Außentemperatur. Das bedeutet aber auch für das Haus, dass wir mit einer Fußbodenheizung zum Beispiel das obere Temperaturniveau absenken können und dann letztlich auch eine bessere Effizienz erzielen können. Das heißt, da kämen wir mit der Vorlauftemperatur in dem Heizkreis mit 30 Grad ungefähr aus, würde ich mal sagen, bei der Fußbodenheizung. Als Auswert, ja. Ja, genau. Und bei Altbauhäusern, da hast du ja schon mal 50, 60 Grad ungefähr. Genau. Und diese größere Temperaturspreizung, die führt dann eben dazu, dass eine Wärmepumpe letztlich in diesen Bereichen nicht unbedingt wirtschaftlich ist oder eben nicht besonders effizient funktioniert. Aber wäre immer noch effizienter eigentlich als zum Beispiel die Wasserstoffverbrennlösung? Wenn man diese Kette, die wir eben besprochen haben, so nimmt und davon ausgeht, dass Wasserstoff wirklich in einem Boiler verbrannt wird, dann ist das so. Ja, okay, okay. Alternativen dazu, also eine hatten wir schon gesprochen, das leuchtet einem ja sofort ein, also es nutzt irgendwie warmes Wasser aus der Geothermie. Da gibt es ja auch große Kraftwerke. Das, glaube ich, ist jetzt, gibt es da sowas Interessanteres zu sagen, außer dass man einfach warmes Wasser nimmt und das nutzt für Energiegewinnung? Also was Wärmepumpen jetzt angeht, kann man prinzipiell erstmal sagen, dass eine geothermisch oder mit oberflächennah Geothermie betriebene Wärmepumpe insofern dann im Winter effizienter ist, weil man dort unten noch ein Temperaturniveau von 10 Grad hat, also man nicht so weit herunter gehen muss. Und man muss ja immer dazu sagen, dass letztlich, wann benötige ich die meiste Wärme zum Heizen meines Hauses? Dann, wenn es draußen am kältesten ist. Und in diesem Moment hat eine Luft-Wasserwärmepumpe systemimmanent die schlechteste Effizienz. Und das führt dann letztlich dazu, dass eben in diesem Bereich dann ja mit Oberflächennahgeo- und terminbetriebene Wärmepumpen effizienter sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, jetzt, wenn der Sommerbetrieb immer wichtiger wird und die Warmwasserbereitstellung im Sommer, dann hebt sich dieser Effekt etwas auf, weil dann draußen die Außenluft auch wieder wärmer ist als das Erdreich. Ja, okay. Das heißt, wann würdest du was empfehlen sozusagen? Also wann würde man jetzt eher in so eine Luftwärmetauscherecke gehen und wann wird man so bodennah und wann wird man in die Tiefe gehen? Gibt es da irgendwie so einen Daumenwert? Es gibt jetzt aus meiner Sicht keinen Daumenwert. Ich würde immer sagen, wenn man jetzt im Winter einen hohen Heizbedarf hat, dann ist eine geothermische Wärmepumpe, also oberflächennahe Geothermie bis 100 Meter, energetisch effizienter. Ökonomisch muss man ja eine Bohrung bezahlen. Sieht das in der Regel anders aus, weshalb in Europa und Deutschland im Wesentlichen Luftwasserwärmepumpen im Markt dominieren. Und was jetzt die tiefe Geothermie angeht, ist das in der Regel keine Lösung, die jetzt der einfache Häuslebauer, sage ich mal, dann bei sich umsetzt. Ja, okay. Also wenn wir noch mal diese drei Sektoren angucken, wir haben den Elektroteil und den Wärmeteil, darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, zumindest eine Einrichtung, also die kriegen wir aus Elektrowärme. Zurück hieß sie ja eigentlich klassische Kraftwerkstechnik, also Wasserdampf, Turbinen, Strom. Es gibt dort Forschungsarbeiten, die sich damit auch befassen, dass man zum Beispiel Hochtemperaturspeicher hat, indem man Energie als innere Energie speichert und dann letztlich wieder ausspeichert über einen Rankin-Prozess oder über einen klassischen Kraftwerkprozess. Ja, aber das wird man wahrscheinlich in aller Regel nicht machen, weil das einfach viel zu hoch ineffizient ist. Also wieder von Wärme zu Strom zurückzugehen, sondern man wird dann eher versuchen, Wärme zu speichern. Wärme zu speichern und dann zu nutzen, ist natürlich dann, dann spart man sich eine Umwandlung, aber es ist sicherlich auch eine Option, die lohnenswert ist, untersucht zu werden für die Stromspeicherung. Jetzt liest man ja manchmal so von anderen Speicherarten nochmal, Salzspeicher oder Eisspeicher und so weiter. Leuchtet mir nicht richtig ein, wenn man beim Wärmespeicher will, dass man das in Eisform macht. Kannst du dazu was sagen? Ja, Eisspeicher sind letztlich im Grunde auch Phasenwechselspeicher dann, die man nutzt. Genauso sind das Salzhydratspeicher, Speicher, die auf chemischen Prinzipien dann basieren, auch Energiespeicher, werden auch untersucht, spielen jetzt aber auch meines Wissens heute noch keine wesentliche Rolle. Ja, lass uns nochmal über den zweiten Übergang nachdenken. Also wir haben ja den Übergang Strom zu Wärme und wir haben ja als anderen Bereicher nochmal Gas. Wir hatten schon ein bisschen über Wasserstoff gesprochen. Gibt es in dieser Ecke noch andere Dinge, die sich lohnen? Also Strom oder Wärme zu Gas oder zurück? Also es gibt ja prinzipiell, ist es beim Wasserstoff ja heute noch ein Thema, wohin dann mit dem Wasserstoff? Also jemand, der heute, sage ich mal, Wasserstoff erzeugt, kann den vielleicht in die Industrie zum Substituieren geben. Aber man könnte ja auch in großen Mengen loswerden, darüber nachdenken, das ins Erdgasnetz einzuspeichern. Dann müssten aber auch alle Verbraucher, die am Erdgasnetz dranhängen, damit umgehen können. Und demnach spielt es auch eine Rolle, dass man darüber nachdenkt, diesen Wasserstoff noch wieder zu methanisieren, um ihn dann ins Erdgasnetz einzuspeichern praktisch oder hinzuzugeben, um eben keinen zu hohen Wert an Wasserstoff im Erdgasnetz zu haben, mit dem Verbraucher dann nicht mehr umgehen könnte. Ja, genau. Was ja eigentlich bei dieser Sektorenkopplung auch noch eine Rolle spielt, das ich meine in manchen Abbildungen, aber nicht immer, ist denn ja nochmal diese Frage von Power to Liquid. Also wie macht man jetzt nochmal vielleicht Biokraftstoffe daraus oder synthetische Kraftstoffe, gerade für die Luftfahrtindustrie, wahrscheinlich interessant. Wie schätzt du das Potenzial ein und die Möglichkeiten, die da drin stecken? Oder ist das gar nicht mehr dein Bereich? Das ist nicht mehr mein Bereich. Also wir arbeiten an diesem Thema nicht. Ich denke, dass man letztlich natürlich auch in diesen Bereichen Lösungen benötigt, um da fossilfrei zu werden. Und demnach sind natürlich auch so erzeugte Kraftstoffe dann oder können aus meiner Sicht sicherlich sinnvoll sein, aber das ist eben auch nicht unser Bereich. Ein Bereich, der jetzt über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der jetzt aber auch wichtig ist, ist ja die Fernwärme, also eigentlich die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme und dann Fernwärmenetz, also Blockheizkraftwerke eigentlich. Was ist das Prinzip von Blockheizkraftwerken? Blockheizkraftwerke erzeugen, ein herkömmliches Kraftwerk zunächst mal erzeugt im Grunde ja aus einem Brennstoff Elektrizität, also Strom, wenn man so wollen. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ich mich auch als Junge immer gefragt habe, und die Frage kann man sich ja auch stellen, wenn man jetzt auf ein Kraftwerk guckt, warum erwärmt das eigentlich jetzt die Elbe oder ein nahestehender Fluss oder warum hat es ein Kühlturm? Und Blockheizkraftwerke nutzen nun einen Teil des anfallenden Abwärmestroms und geben dem auf einem verwertbaren Temperaturniveau ab. Und dadurch kann man dann diese Energie, die man sonst, ein Teil der Energie, die man sonst eben an die Elbe zum Beispiel abgeben müsste, den kann man dann eben noch thermisch nutzen zur Gebäudeheizung. Das heißt, Blockheizkraftwerke stellen nicht nur Elektrizität bereit aus dem Brennstoff, sondern eben auch Energie als Wärme. Okay, das heißt also letztlich ist der Trick dabei, den Wirkungsgrad zu erhöhen, weil wir jetzt die Abwärmeverluste wieder nutzen. Ich muss immer als Thermodynamiker dazu sagen, dass man diese beiden Wirkungsgraden nicht ganz vergleichen kann, weil man Strom ist praktisch reine Exergie, also sehr hochwertige Energie. Während man die Energie, die man als Wärme ausspeichert bei einem Temperaturniveau von 80 Grad hat nicht so besonders viel Exergie. Also ist eine nicht so hochwertige Energieform, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Deswegen sind aus meiner Sicht Vergleiche immer etwas irreführend, wenn man sagt, ein herkömmliches Kraftwerk hat einen Wärmsgrad von 45 Prozent und ein BAKW von 80. Das kann man nicht ganz direkt vergleichen. Ja, weil es nicht dieselbe Energieform ist am Ende. Genau. Ah ja, okay. Du hattest gesagt, dass du als Kind dich immer gefragt hast, was die Kühltürme da sollen und warum man nicht das alles nutzt und so. Hat dich das dazu geführt, in diese Richtung zu gehen, Energietechnik, Thermodynamik oder wie bist du dazu gekommen? Ich bin ja praktisch im Bereich der Elbmündung geboren und dort sind die Kernkraftwerke Brockdorf und Brunsbüttel in der Nähe. Und demnach kamen dann auch Windräder dazu, also Energietechnik hat immer irgendwie eine Rolle gespielt. Und das hat mich dann auch im Studium immer mehr fasziniert. Und ja, auch diese Erfahrung als Kind eben vor den Kühlwasserausläufen haben auch dazu beigetragen, das eben aufzuklären. Das hatte ich allerdings im Grundstudium dann schon gelernt in der Thermodynamik und habe mich dann aber entschieden, das auch zu vertiefen. Ja, okay. Wenn du jetzt jungen Leuten einen Tipp geben könntest, also wir stehen ja vor so immensen, immensen Herausforderungen gerade, was jetzt Klimawandel angeht, was Energiewende angeht, was viele andere Nachhaltigkeitsthemen angeht, sind ja Riesenaufgaben. Und irgendwie muss man ja wieder in so eine konstruktive Haltung reinkommen. Also muss man das Gefühl haben, man kann es lösen. Was würdest du jungen Menschen beraten? Aus meiner Sicht würde ich mir wünschen, dass es viele junge Menschen gibt, die hierher kommen und zunächst den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstehen und dann dieses Wissen nutzen, um damit wirklich beizutragen, dass wir Prozesse, Systeme entwickeln, um da ja wirklich voranzukommen und umsetzen. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen das, was wir hier mit auch verfolgen. Also wir versuchen ja Technologien für nachhaltige Entwicklungen. Also schon, zumindest ist ja eine bestimmte Sicht auf nachhaltige Entwicklung, aber wir versuchen ja eben als technische Universität technische Lösungen anzubieten, wie es rausgeht, wie sie es lösen können und so weiter. Und glaube ich, wichtig ist, jungen Leuten auch den Mut zu geben, zu sagen, ja klar, wir haben große Herausforderungen, aber wir können die Sachen auch anpacken. Und der Mensch ist so voller Kreativität und erfinder Geist. Uns wird schon was einfallen, hoffen wir mal, aber wir müssen auch wirklich daran arbeiten. Genau. Ich denke, wir haben ja keine Wahl. Also wir müssen, ich glaube, wir müssen machen. Ich glaube, es ist auch möglich zu machen. Und wir haben auch heute schon viele Technologien, die wir einsetzen können. Und wir werden auch in der Zukunft weitere entwickeln, beziehungsweise an der Effizienz dieser Technologien arbeiten. Und da brauchen wir, glaube ich, vor allem, ich hatte jetzt ja gesagt, den zweiten Hauptsatz zunächst mal verstehen, aber wir brauchen natürlich vor allem auch den Willen, sich dort zu engagieren und dort mitzumachen. Ja, genau. Ist aber eine super Möglichkeit. Arne, vielen Dank für das Gespräch. Du hast jetzt nicht nur den Kaffee geschenkt bekommen, sondern auch die Tasse. Danke. Das ist erstmal nachhaltig. Ja, genau. Genau so ist es. Also mach's gut. Vielen Dank. Bis dann Japens jetzt gespüßt.